Ich bin in Stiel, ich kann einen Berg nicht schneller hochlaufen. Ja, das kannst du auch im Real Life auch nicht. Doch. Bist du dir sicher? Wollange halte ich das nicht durch. Also ich wette, bei einer Steigung von 85% wirst du nicht mehr schnell laufen. Das wette ich sogar schon bei einer Steigung von 15% bis 20%. Aber Schree kann nicht mehr laufen. Ja, nein. Schree, da musst du mal deine Handschuhe ausziehen. Ganz schwerer Lauf. So was trägst du hier nicht? Nicht krass, heulfressende Kühe. Ich krieg mir Ärger. Ja, und schon geht's los. Stopp. Hier. Ja, frische Fußspuren. Ja, es ist doof. Oh, Mann. Hackenschuhe, Größe 35. Sie war hier. Sie war hier. Sie ist da hinten. Ach, die ist bei Mischkino. Ja, sie ist genau da, wo ich gemeint habe. Renn mal den Feldweg Richtung dieses Dorf. Dann bin ich mal überwegt. Achso. Siehst du, dann haben wir sie ja auch gefunden. Ich sehe sie laufen da unten. Hä? Ich schreie mir gerade direkt. Entschuldige, bei mir hat Spack das gerade rum. Ist jetzt hinter den Häusern verschwunden? Mir leckt das gerade. Da ist sie. Jetzt ist sie auf asphaltierten Straße. Ach, da. Ich schreie mir gerade an. Händen die deine Hand? Vorsicht, sie hat eine Waffe. Feuer! Bist du verrückt oder was? Bucht die da mit ihrem Kriegstock rum oder was? Oh, jetzt habe ich selber auch diesen Bug, dass ich bei mir die Ärmel nicht mehr sehe. Oh, Schuss. Das ist einer von uns. Ich darf nur gar nicht schießen. Jetzt zieht es aber ganz schön dicht an mir vorbei hier, Kollege. Da hinten. Kam aus dem Ort raus, oder nicht? Boah, das bist du doch gewesen, Diablo. Nee, ich war das nicht. Okay. Wer hat denn jetzt geschossen? Ich weiß, wo er ist. Er steht vorne. Bei der Wand war er gerade. Ich renne da jetzt hin. Hier unten seht ihr mich noch? Ich habe immerweise gerade EFF-Einbrüche. Das kann der Spieler sein mit dem Auto denn nämlich. War das jetzt wirklich keiner von uns? Nein. Ich habe keinen Schalli drauf. Das war ein Schalli-Schuss. Passt auf. Da hinten rennt einer mit dem Helm. Ja, ich sehe ihn. Wo? Zwei. Ja, zwei Stück erkannt. Die sind beim roten Haus. Jetzt dahinter, grün-gelbe, zwei. Erschießen oder was? Haben schon geschossen, ja. Erschießen. Ich habe gerade FPS-Einbrüche. Das ist kack. Ich auch. Ich auch. Ich. Umlauf das Dorf gerade. Versuch sie von außen zu schießen. Ihr habt hier alle entweder rote oder grüne Armbinden. Rot oder blau? Ich habe rot. Ich bin tot. Wie? Ja, wie? Ich bin tot. Ich wurde erschossen. Wo denn? Vor dem beigen Haus ist da einer von euch. Dorf. Der kommt euch entgegen. Oh, ja. Alter. War hier so viel rumwuselt. Ich wusste jetzt nicht, wer wer ist. Wer hat einen blauen Rucksack? Ich habe einen blauen Rucksack. Ich habe einen blauen Rucksack. Ich habe einen blauen Rucksack. Ich bin hinter dem grün-gelben Haus. Alter. Ich habe einen Schali-Schuss gemacht. Wer hat einen? Ich bin unconscious. Hier ist einer mit einem blauen Rucksack und mit so einem komischen Russenhelm. Schnell erschießen. Ich habe mich angeschossen. Ja, sammelt euch. Zieht euch zurück und sammelt euch. Unconscious, komm. Leute, ihr müsst ihn nicht sammeln. Ihr müsst ihn kurz, damit ich hier nicht sterbe. Da ist einer mit einem blauen Rucksack. Mit einem blauen Rucksack und diesem beschloppten Russenhelm. Der andere ist weggelaufen. Erstmal ist der, der ist links von der Straße. Bei so einem grün-gelben kleinen Häuschen. Die Mitte vom Haus ist gelb angestrichen und das untere und obere grün. Ja, und dahinter liege ich, weil ich dachte, es ist einer von euch und den habe ich dann auch angeschossen. Ach, du hast mich angeschossen. Vielleicht liegt er da auch. Vielleicht liegt er da auch. Ich habe gedacht, das ist Endzeit, weil er auch einen blauen Rucksack hat. Ja, ich müsste mich auch neu einladen. Ich bin wieder da. Der mit dem blauen Rucksack ist tot. Okay, dann habe ich ihn erwischt. Ich muss mich verbinden. Der muss aber mehr gewesen sein, als wir einer. Also ich habe mindestens zwei gesehen. Zwei Leute. Zwei waren unten am Haus und der mit dem blauen stand mitten im Ort. Wo seid ihr jetzt? Das wir uns noch ganz kurz sammeln, damit wir wieder wissen, wer wo ist. Also ich sitze, ich liege hier mitten auf der Wiese und beobachte gerade ins Dorf rein. Ich stehe an einem Haus. An einem Hauer. Bei dem gelben Haus. Nein. Von da, wo ich gekommen bin. Bist du? Ja, ich habe den Typen noch getötet. Anouk. Der war hier. Alle Leiche liegen direkt an der Hauptstadt. Und du bist tot, ne? Ja. Wer rennt da? Wer rennt da an der Mauer lang? Rennt einer von euch? Bewegt sich irgendeiner? Nein, warte, warte. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Er geht jetzt bei den Bienenkästen, ist er gerade. Und geht jetzt innerhalb der Mauer. Ja. Oh, wieso ist meine Waffe nicht geladen? Oh Gott, ich habe die geladen gehabt. Hast du ihn? Nein. Er ist noch beim Bienenkasten. Okay. Ah, ich stücke immer noch da. Ja, er rennt zurück. Er rennt zurück. Er ist jetzt beim rot-weißen Haus. Achtung, ich renne hier immer querfalt ein über die Straße. Ja. Und bin an einer, ja, an der Mauer. Ich renne jetzt in den Wald ein Stück hoch. Ich bin hier am Holzbaum. Die bringen mich um hier mit Rags. Oh, der war toll. Na toll, mein ganzes Zeug weg. Ja, der Typ ist gerade lustigerweise genau wieder in die Richtung gelaufen von euch. Wollen wir mal eben auf die Zeltbasis rennen, oder was? Weil Dingens hier, ähm, hör mal schnell, GregPipe braucht auch noch einen Rucksack. Ich brauch auch noch Munition, aber für die AKU. AK, ne ja, das AK-74 Mun. Munition habe ich, bloß kein Magazin. Aber dann kommen wir mit. Na, sonst habe ich halt noch in der Mitte an diesen, äh... Einen großen hat er ja selber. Ja, ich hab der ja. In diesem Sunny, da liegt ein großer Roter drin. Ein roter Scheiße. No-Root, nehme ich mir das Smirsch-Ding. Da passt genau alles rein, was ich mit habe. Schüsse! Achtung! Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück. Erstmal. Wohin rennen? Ja, in den Wald vom... Das war direkt neben mir. Äh, ich... ...fuck bei mir hier rum. Wo seid ihr? Ich sehe jemanden laufen. Ich laufe ganz außen am Weg. Ich renne gerade raus. Ja, ich hab dich... Und rennen wieder zu der Position, wo ich eben war. Ich hab dich, glaub, grad gesehen. Ja, ich renne ganz... Ich renne ganz nördlich. Ich bin beim Sunny-Zelt vorbei. Ich laufe halt außen. Ich laufe auch da runter. Okay, ich renne jetzt... Also wir rennen jetzt wieder bei den Sandsäcken hin, oder was? Äh, Quatsch, bei dem Wald. Ja, da, wo ich vorhin war. In welcher... In dieser Position. Ja, das bin ich gerade hoch. Ja, liebe Freunde, an dieser Stelle folgt gleich ein Cut. Wir haben uns natürlich weiter in den Wald zurückgezogen. Sie sind weit umlaufen. Leider musste sich Endzeit von uns verabschieden. Und so haben wir im Wald noch etwas verharrt und gewartet, bis Feylord und sein Kumpane, der Legacy, im Endeffekt zu uns gestoßen sind. Damit wir dann wieder beobachten konnten, beziehungsweise nochmal von vorne rangehen konnten, an das Gebiet umzugucken, wer das denn jetzt war, der mich da abschießen wollte. Und ja, was dann passiert, schaut er selbst. Du wartet jetzt nicht auf dem Weg. Jetzt mal ein bisschen stoppen, wir müssen gleich mal kurz ein bisschen rein beobachten. Da uns sind... Drei, 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 stopp! Da! Fuck. Mitten auf dem Feld. Sollen wir alle anlegen und schießen? Ja, 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 los, 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 los. Drei, zwei, das sind vier. Wartet, wartet. Jetzt los. Drei, zwei, eins. Los. Ich seh keine mehr. Rechts, rechts versucht einer um uns rumzulaufen. Einer schießt zurück, die schießen zurück, die kommen von links. Sollen wir uns weiter hoch zurückziehen und nicht alle da unten stehen? Das ist ein Types mal wieder, nicht wer da ist. Ich laufe ein Stück weiter hoch. Wer hat Tortilla? Okay, einer läuft bei mir vorbei. Wo sind die anderen drin? Genau, ich stehe. Ich reine, ich reine. Aufpassen. Einer rennt gerade über den Weg. Ich, ich. Okay. Ganz schon, ich stehe neben dir. Oh nein. Ich bin noch ein Stück weiter nach hinten. Der kommt näher zu uns. Ich höre ihn unten auf der Wiese. Ja, komm hoch. Ich bin dann normal. Am Weg. Lauf am Weg. Der schießt wieder. Scheiße, ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Leg dich dahin, wo du bist. Ich seh dich. Ich bin jetzt der Unterste. Alles, was unter uns ist, kann man. Ich bin genau am Weg an einem Baum. Wo sind die denn? Links von uns, wo wir standen, ein bisschen links, da ist ein SDS-Schütze. Da rennt einer übers Feld nach rechts, Richtung Ace. Ich schieße gleich. Was macht der? Der steht hinten auf dem Feld. Einen Hit hat er. Der rennt wieder nach links. Also ich hock unten am Waldrand. Und ich hock ziemlich weit oben rechts, Nathanielin. Ja, der unten links, das leben noch zwei, der hat sich sehr gut in der Tanne. Unten links und mitten auf dem Feld ist einer. Ich erschüsse von links. Ich seh den. Der hat einen Hit bekommen vom Baum. Ich glaube, ich bin da unten. Sag mal, was da am Kalt zu sein? Bist du das am Waldweg? Bist du das am Waldweg? Ich bin direkt am Weg und stehe dahinter im Baum. Nice, ich auch. Ja. Und da unten auf der Wiese muss noch irgendwo einer sein. Und geradeaus bei uns an dem Tunnel habe ich einen angeschossen. Aber ich weiß nicht, ob er tot ist. Der ist tot. Ich mache jetzt das Gleiche. Aber wo ist der Letzte? Ich renne jetzt den Weg lang, okay? Und jetzt renne ich gleich von rechts nach links. Au. Ich bin tot. Wer steht am Weg? Ich bin tot. Ich wurde tot geknöppelt. Hä, wo warst du denn? Wo warst du? Ich war bei der Leiche. Bei der Leiche? Bei welcher Leiche? Ich wollte gerade laufen. Unten am Weg. Äh, an diesem... Hinter... Tanne. Unten am Weg hinter Tanne. Ich war bei einem anderen bei einer Leiche dran. Wieso lootest du überhaupt, wenn wir mitten im Kämpfen sind? Weil der Letzte unter dem Baum hockt. Komplett im anderen Eck. Ranschattelst du das? Was? Ich gehe von... Warte, ich mache... Ich mache... Äh, QI. Äh, QE. Also, da. Okay, passt, passt. Gut. Ich renne gerade zu dem Letzten. Gut. Wo soll denn der andere sein? Ich renne nach links unten auf der Freienfläche. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Wo habe ich denn den erschossen? Bewegst du dich? Da, ich hatte. Da liegt er. Alles clean, glaube ich. In dem Fall habe ich den Letzten, wo er die erschossen hat, auch erschossen. Hast du auch bei allen Schick-Purls gemacht, ja? Ne. Aber so lange würde ich schon liegen. Der hat... Der hat eine SVD. Jawohl. Der hat eine SVD. Der hat... Was hat der? Wie heißen die? Kann man... Guck mal schnell nach. Wie kann man das nachschauen? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Bei denen. Geht nicht. Die sind wieder verpackt. Ah, das ist der eine Typ, den ich vorhin gesehen habe. Echt denn? Ja. Schüsse. Sorry. Oh, meine. Du dreckiges Wichskind. Er sprintet gleich los. Schüsse. Ich möchte gar nicht in der Facecam sehen, wie das gerade ausgesehen hat. So hochgezuckt, ey. Jetzt renne ich hier mit Sack und Pack voll. Das hat sich doch mal übel gelohnt. SVD 2MAX, AK 2MAX, MP5 2MAX. Ich bin vollgepackt besogen. Ich bin ready to die. Ich habe auch von allem genug. Fuck you all. Bitch. Es gibt immer ein Opfer in der Büro und das hast heute du perfekt gespielt. Gestern war ich das jetzt der Ding. Ja, ich meine, du hättest das heute nicht machen müssen, ne? Aber du spielst die Rolle halt so gut. Ich bin vollgepackt besogen. Ash. Untertitelung des ZDF, 2020